Ineas Roman Feldecke, MGQ 1303 Nummer 3, kennst du? Ja. Versteht das? Dafür bräuchte ich erstmal ein Zitat. Ihr habt wohl vernommen, dass wie der Koning Menelaus besaß Treuen, die riechen viel Gewalde lichen, do er sie zerfuhren wollte, durch Parises schulde, der ihm sie in Lieb hätte genommen. Nicht schlecht. Sektion B. Danke. Kannst du den Weg sparen? Das ist ausgeliehen, das kommt die nächsten zwei Wochen nicht zurück. Fuck. Wann brauchst du das Fragment? Jetzt. Jetzt? Ja. Ich habe in zwei Stunden Sprechstunde bei Bachmann ein Projekt zur antike Rezeption im Mittelalter. Der hat sich extra zwei Stunden Zeit genommen. Das Projekt geht mindestens zwei Jahre. Wenn ich da reinkomme, dann habe ich hier oder woanders garantiert eine Chance auf einen Juniorprofessur Marburg-Bamberg-Die-Liga. Oh was, Glückwunsch. Danke, endlich, oder? Ja. Drei Jahre. Ich habe so lange darauf gewartet. Ich pass da perfekt rein. Und... Wie wäre es mit CGM 524919, das ist auch ein Fragment. Special, aber gut, versteht das? Ich zeig's dir. Witzig, was habt ihr denn heute alle mit Eneas? Marvin hat sich davon auch was zu ausgeliehen. Echt jetzt? Echt jetzt? Marvin! Aber der ist doch erst seit einem Semester hier. Tja, trägt er ja dem Professor Doktor jeden Tag die Tasche hinterher. Na ja, er will ja dich. Ja, 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 ja. Hoffentlich. Wie, ich dachte, er hat dich gefragt. Ja, 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 ja. Wird er in der Sprechstunde. Ach so. Luis, das klappt nicht. Ich meine ja nur, du baust die Luftschlösser und am Ende sind wieder irgendwelche Marvins vor dir dran. Du glaubst, ich bin nicht gut genug? Warte doch nicht, dass es dir jemand ungefragt auf so einem Tablett serviert. Bewirb dich auf die Stelle, keine Ahnung. Ey. Klar, Medievisten werden ja überall gesucht. Ich finde jeden Tag mehrere Stellenanzeigen in der FAZ. Die Institute beknien mich, dass ich bei denen anfange. Die haben alle nur auf mich gewartet. Du bist gut, Mann. Wenn du Mittelhochdeutsch sprichst, dann ist das, als ob diese Sprache wirklich lebt. Du musst die richtigen Leute begeistern. Du bist... Danke. Ich gehe jetzt sofort zu Bachmann und zeig ihm, dass er mich in das Projekt mitnehmen muss. Bachmann hat Verbindungen nach Heidelberg, der kann mich dahin empfehlen. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020